die dhv news vom 12 märz 2021 wahlanalyse baden-württemberg und rheinland-pfalz polizei fischt 70.000 hanfsamen aus holland post herzlich willkommen bei den dhv news das war ein wahnsinns einstand letzte woche kurz nachdem ich hier die news abgedreht habe ist richter müller unser lieblings richter auf twitter aufgetaucht nach vielfachem wunsch und ruf nach richter müller muss auf twitter sein hat das gemacht hat sein profil veröffentlicht online gestellt und innerhalb einer woche hat jetzt über 30.000 follower ein unglaubliches debüt ein unglaublicher run richter müller in den trends kann ein bisschen in trends ein riesen hype um den einzigen richter deutschland der das maul aufmacht und kein ein unsinniges cannabis verboten nicht einfach so hinnehmend sondern entsprechend seiner möglichkeiten was dagegen tut das hat er verdient ihr findet richter müller jetzt auch auf twitter entweder den link hier in der video beschreibung oder unter dem namen jugend richter müller schaut euch mal um könnt ihr ja noch weiter hypen den hype und es gab auch wieder eine medien die über müller berichtet haben einmal die taz drogerie und es gab noch ein interview in deutschland funk kultur alles in der video beschreibung und dann habe ich noch eine vorbemerkung in eigener sache wir haben mal wieder eine stellenausschreibung laufen ihr könnt euch wieder bewerben beim handverband wenn ihr entsprechende qualifikationen habt diesmal geht es um politik wir suchen jemand der die politische lobby abteilung verstärkt sozusagen jemand der sich um politische kontakte kümmert der dokumente auswertet dokumente verfasst vielleicht auch mal einen politischen artikel verfasst auf jeden fall politisches netzwerk pflegen ist angesagt und es ist gut wenn die person der oder die bisschen erfahrung hat entweder mit der arbeit in der partei oder auch im parlament irgendwie als mitarbeiter ich bin gespannt was da kommt wer sich da so alles bewirbt und naja natürlich muss der bewerber sehr motiviert sein die legalisierung von cannabis zu erstreiten und er muss den gedanken ertragen können ziemlich eng mit mir zusammen zu arbeiten alle weiteren details findet ihr auf der in der ausschreibung bei uns auf der seite handverband.de link in der video beschreibung schaut euch da mal um sagt es vielleicht weiter wenn euch da jemand einfällt für den das genau auf den leib geschneidert ist dieser job ja ich habe gefühlt ein bisschen eckige augen jetzt habe die letzten zwei tage nur damit zugebracht die wahlanalysen mir anzugucken zusammen mit kollege sascha die wir jetzt endlich fertig haben zu baden württemberg und rheinland pfalz die wahl ist ja am sonntag da sind wir spät dran entschuldigung an alle briefwähler für die wir jetzt zu spät sind die ihre stimme schon abgegeben haben aber immerhin haben wir die wahlanalysen jetzt auch deutlich schöner gemacht wir haben sie renoviert bei der gelegenheit ein grund wieso das diesmal ein bisschen länger gedauert hat martin zeigt den leuten doch mal die wahlanalyse wie sie vorher aussah vielleicht die zur letzten bundestagswahl 2017 scroll da mal rein und scroll und scroll und scroll ja und jetzt mal zeigt uns mal eine von den neuen vielleicht rheinland pfalz und da seht ihr es gibt nicht mehr viel zu scrollen alles schön übersichtlich auf einen blick und dann noch mal zu jeder seite eine eigene ebenso übersichtliche seite das ist im vergleich zu vorher wirklich schon ganz schön toll so aber jetzt zum inhalt was haben wir denn rausgefunden was können wir euch denn empfehlen wenn ihr in rheinland pfalz oder baden württemberg seid ich fange mal an mit rheinland pfalz da sehen wir dass auch eine koalition aus zwei legeleis parteien und einer ist uns alles egal partei nicht unbedingt automatisch fortschritte macht wir haben da in rheinland pfalz eine rot gelb grüne ampel koalition spd fdp grüne fdp und grüne sind traditionelle legeleis parteien aber die spd der ist scheinbar doch nicht so egal die hat sich nicht darauf eingelassen auf die versuche insbesondere der grünen da irgendwie fortschritt zu erzielen in rheinland pfalz in sachen cannabis und es könnte auch noch sein dass eine ampel koalition kommt ein jamaica ein jamaica bündnis die andere option neben der ampel koalition das wäre dann cdu grüne fdp nochmal die beiden legeleiser mit im boot und jetzt kommt es halt darauf an wie stark sozusagen die gewichtung sich verändert das sieht eigentlich so aus als würden cdu und spd beide ein paar prozent abgeben grüne und fdp beide ein bisschen dazu gewinnen und wie stark sich jetzt da die balance richtung legeleiser verschiebt das werden die wähler entscheiden insbesondere die grünen sind in rheinland pfalz wirklich gut aufgestellt die haben ein sehr gutes wahlprogramm die haben unsere wahl prüfsteine ordentlich beantwortet und sie waren auch aktiv im landtag haben entsprechende anfragen gestellt und anträge und das schon ungewöhnlich für eine regierungspartei also sie haben da auch im parlament nicht locker gelassen ja oft ist dann so wenn die einmal in der regierung sind ja dann entweder geht was mit dem koalitionspartner oder geht nichts oder hört man halt nichts mehr von denen die waren trotzdem aktiv also insofern die grünen in rheinland pfalz klare wahlempfehlung die fdp bisschen abgespeckt da grundsätzlich sind die schon auch in der richtigen richtung unterwegs aber nicht ganz so klar wie die grünen die linken wären auch noch eine möglichkeit sozusagen die liegen aber bei drei prozent da weiß man nicht so können die das überhaupt noch schaffen in den landtag reinzukommen aber vielleicht wollte ja gerade noch eine weitere vernünftige partei reinholen und versucht es mal die haben aber auch nur auf nachfrage eine gute cannabis politik uns erklärt sozusagen im wahlprogramm steht da nicht viel drin bei den linken was eine echte enttäuschung ist in rheinland pfalz ja da kann man schon daumen runter geben die linken im landtagswahlprogramm ohne cannabis stichwort geht gar nicht klar eigentlich aber in den wahlprüfsteinen und die antworten an uns haben sie dann doch noch ein bisschen was geliefert und die freien wähler genau das gleiche spiel die sind bei vier prozent sind auch am bangen ob sie reinkommen in den landtag und haben auch nur auf nachfrage nicht im wahlprogramm gesagt dass sie grundsätzlich für die legalisierung von cannabis sind das hat uns ein bisschen überrascht wir kennen jetzt die freien wähler nicht so gut da die sind doch immer ein bisschen anders aufgestellt in den bundesländern wo die so aufpoppen oft haben die so einen touch von bürger in wut ja irgendwelche verrückten krakeler oder so aber ja die sind auf jeden fall für legalisierung auf nachfrage jedenfalls und ja müsst ihr selber gucken weil er damit anfangt spd weiter so kurz die wollen eigentlich nichts damit zu tun haben die stehen für stillstand die haben reformen verhindert sozusagen in rheinland pfalz und cdu und afd die haben auch unsere wahlprüfsteine nicht beantwortet die wollen nicht mit uns reden sozusagen die haben auch nichts im wahlprogramm stehen aber da kann man davon ausgehen dass sie wie ihre parteien ansonsten ja eine repressive haltung haben jetzt komme ich zu baden-württemberg da sieht die sache komplett anders aus besonders was die grünen angeht also ich sage ja hier immer wieder eine partei ist nicht eine partei die sind nicht überall gleich und so weiter und jeder einzelne person jeder einzelne promi einer partei tickt anders und jeder einzelne landesverband tickt anders und das sehen wir hier ganz deutlich bei den grünen die haben zwar auch in baden-württemberg ein sehr gutes programm das sind diese spitzenreiter keiner hat da sonst von den großen parteien gutes programm übrigens für den kleinen können auch mal gucken ja wenn ihr mit den großen die wir hier behandeln nicht klarkommt guckt euch ruhig mal an wer sonst auf dem wahlzettel ist guckt euch den wahlomaten an was die ob etwas anderes bei ist was euch gefällt aber zurück zum grünen in baden-württemberg bestes programm im grunde von den großen parteien aber vollkommen versagt in der regierung das kann man verstehen bei einer partei wie in rheinland-pfalz wo die grünen mit fünf prozent unterwegs sind und der kleinste von drei koalitionspartnern sind dass sie da nichts durchbringen okay geschenkt ja oder in manchen bundesländern schaffen die grünen das ja auch als kleinerer koalitionspartner trotzdem irgendwelche fortschritte durchzubringen aber in baden-württemberg sind sie eben nicht der kleine koalitionspartner sondern der große zum zweiten mal jetzt schon die zweite legislaturperiode wo sie die regierung anführen wo sie den ministerpräsidenten stellen gut jetzt mit der cdu zusammen in der koalition da kann man vielleicht auch verstehen dass da jetzt nicht die große legalist revolution ausbricht aber gar kein kompromiss irgendwie in die richtige richtung bisschen geringe menge hoch schieben oder bisschen weniger verfolgungsdruck ja muss doch irgendwie möglich sein wenn man da wirklich motiviert ist man merkt in baden-württemberg überhaupt kein unterschied zu der vorherigen cdu geführten regierung die waren immer ein sehr repressives bundesland fast so wie bayern und sind es immer noch ja unter grüner führung jetzt in der zweiten legislaturperiode geht gar nicht klar kann man eigentlich nicht wählen das problem ist nur man kann ja auch sonst nicht wirklich irgendwen wählen die linken vielleicht könnten da eine alternative sein die haben aber auch wieder keine allzu großen chancen ja da können ja gucken ob er da jetzt wieder auf risiko geht und versucht die noch irgendwie reinzukriegen ihren landtag eine möglichkeit fdp äußert sich ziemlich lauwarm die haben auch nichts im programm stehen haben auf nachfrage aber auf unsere wahlprüfsteine verwiesen auf den bundesparteitagsbeschluss der eben auch legalisierung besagt aber sie haben sich gar nicht dazu geäußert ob sie den gut finden oder nicht einfach nur link geschickt von wegen ja das ist jetzt die parteiposition ja können wir auch nichts für so ungefähr also auch nicht so doll sage ich jetzt mal noch viel mehr mit tais ihr findet noch viel mehr details natürlich in unserer wahlanalyse guck da mal rein ist nur nicht nur das was ich erzähle auf jeden fall fdp baden-württemberg naja geht so und bei der spd okay die haben auch auf nachfrage nicht im programm aber zu unseren wahlprüfsteinen als antworten ein paar vernünftige positionen rübergebracht zumindest langfristig legalisierung ist mit den mit der spd in baden-württemberg scheinbar machbar könnte eine alternative sein cdu und afd auch in baden-württemberg wieder geht gar nicht ja cdu haben die leisen forderungen der grünen abgewiesen die haben sich zwar nicht wahnsinnig ins zeug gelegt die grünen in baden-württemberg aber ein bisschen ja hier und da und die cdu hat gesagt nein haben die grünen sich wieder hingelegt ja aber die cdu hat gesagt nein insofern sie ist die cdu noch schlimmer als die grünen baden-württemberg und nicht wählbar also da wissen wir tatsächlich nicht was wir empfehlen sollen in baden-württemberg da musste halt gucken was für euch jeweils das kleinste übel ist guckt euch unsere weiterempfehlung an wir haben das auseinander gedröselt was steht im programm was haben die uns geantwortet wie haben die im parlament agiert und da kommt man halt eben zu einem entsprechenden schluss wichtig ist aber ihr müsst den parteien eure meinung sagen gerade in baden-württemberg ist das wichtig dass sie merken okay da kommt nachfrage aus dem volk das volk will legalisieren ja das macht was aus ob sich da einer oder zwei melden die sagen ja ich fände legalisierung gut oder ob da 100 oder 200 oder 2000 leute e-mails schreiben von wegen ich habe euch gewählt weil ihr für die legalisierung seid jetzt will ich auch verzehen oder umgekehrt ich wollte euch eigentlich wählen aber eure cannabis politische position geht gar nicht klar ich habe mich anders entschieden das wirkt das tut weh oder das erfreut je nachdem das beeinflusst parteien mehr als eure stimme selbst sagt denen eure meinung aber geht trotzdem auch wählen ja nicht dass jetzt denkt die eigene stimme ist nichts wert ganz im gegenteil wer nicht wählen geht unterstützt relativ gesehen die partei die auf gar keinen fall wählen würde und macht cannabis zum wahlkampf thema am 14 märz ist landtagswahl in baden-württemberg und wir haben auf youtube unsere userinnen und user gefragt welche themen sie besonders interessieren ich treffe jetzt gleich elli ihr geht es vor allem um das thema drogenpolitik beziehungsweise die legalisierung von cannabis also lasst uns alle elli sein macht cannabis zum wahlkampf thema und wir gerade dabei sind da kommt noch eine nachricht mit rein ganz ähnlich nämlich während die spd im südwesten vor allem in rheinland-pfalz ziemlich nachig unterwegs ist machst du im norden mobil nämlich der landesverband schleswig-holstein der gehört erst schon zu den paar spd-landesverbänden die für die legalisierung offiziell sich ausgesprochen haben und dieser parteitag jetzt auf antrag der genossen aus nordfriesland mit 80 prozent mehrheit beschlossen dass der landesverband sich auf bundesebene für einen legalized beschluss einsetzen soll und das könnte noch ein bisschen schwung in die sache bringen denn die bundestagsfraktion der spd hat zwar ein positionspapier zu cannabis auch mit mit einer langfristigen legalized perspektive jedenfalls pro modellprojekte für entkriminalisierung aber die partei selbst die hat nie geschaffen beschluss zu machen die usos beantragen das zwar jedes mal zum bundesparteitag ist immer irgendwo in dem dicken antragsbuch steht usos cannabis drin ja aber das wird einfach nie beraten immer wieder verschoben und so machen die halt einfach nicht und mal sehen ob das anders aussieht wenn der antrag jetzt von dem ganzen landesverband der spd kommt nötig hat sie spd auf jeden fall denn auch jetzt zum bundestagswahl der entwurf fürs programm ist ja schon da der spd und auch da steht wieder nichts von cannabis drin insofern gutes gelingen an die genossen aus dem norden kennst du das auch du bekommst immer wieder schlechtes gras gar kein gras oder sogar gestrecktes bei einer legalisierung könntest du jetzt in ein schönes geschäft gehen dich beraten lassen und dir eine sorte aussuchen oder gleich im garten selbst anbauen quasi bio du hast den schwarzmarkt und die probleme satt und willst endlich legales gras wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat schluss mit krimi cannabis normal einfach online anmelden unter www.hanfverband.de slash unterstützen link in der infobox laut medien berichten hat die polizei es irgendwie geschafft in der post hanfsamen zu identifizieren und zu beschlagnahmen und zwar speziell wenn die aus den niederlanden an deutsche kunden versendet werden die haben da 5800 briefe beschlagnahmen mit insgesamt 70.000 cannabis samen im wahrenwert von mehr als einer halben millionen euro hat die polizei bekannt gegeben und haben es auch noch hochgerechnet wenn die alle angebaut worden wären die samen dann wären da sieben tonnen ernte im wert von 70 millionen euro bei rausgekommen die sie jetzt verhindert haben sind stolz wie bolle hanfsamen sind in vielen europäischen ländern komplett legal muss man dabei wissen ja dass so eine deutsche eigenheit dass man sagt oh in deutschland sind hanfsamen verboten wenn sie zum illegalen anbau bestimmt sind und das macht sich eben daran fest dass die samen in abzählbarer menge verkauft werden und zu hohen preisen also wo klar ist okay ist jetzt kein knapper hanf irgendwie ein pfund aus dem reformhaus wird man sich so ins müsli semmelt oder so ja sondern das würde man bei den preisen nicht machen die da von bestimmten samenbanken aufgerufen werden da kommen dann schon eher potente hanfsamen handpflanzen raus und da kann man marihuana mitmachen in den medienberichten ist auch die rede davon dass die kunden an die die samen eigentlich gehen sollten jetzt angezeigt worden sind das strafverfahren eingeleitet wurden und das kann jetzt ganz unterschiedlich weitergehen das wird wohl über die staatsanwälte im heimatort der kunden laufen und die können ganz unterschiedlich motiviert sein da gab es vor jahren schon mal ähnliche geschichten auch zum beispiel um equipment bei anbauläden ja ganz legale ware was anders als die samen wo wo wir blumentöpfen ermittelt worden ist aber wir hatten auch bei einer österreichischen samenbank schon mal ähnliche fälle also kann sein dass jetzt eine befragung kommt dass ein brief nach hause kommt von wegen ja sie haben wir werden hier beschuldigt haben bestellt zu haben kommen sie mal her erzählen sie uns mal was dazu oder die machen gleich eine hausdurchsuchung kann auch sein ja also wer da irgendwie auf eine lieferung hampsamen wartet kann sein dass eine lieferung polizisten stattdessen ankommt und es kann auch sein dass die verfahren einfach sofort wieder eingestellt werden da kriegt man ein brief wo sie sind angeklagt und ein brief wo sie sind wieder eingestellt kann auch sein ja also wir halten euch auf dem laufenden sobald wir hören was da jetzt passiert aber 5000 strafverfahren auf einen schlag wegen hampsamen ist natürlich schon echt eine üble geschichte schöner ist die geschichte aus mexiko meine letzte für heute da hat jetzt auch die zweite parlamentskammer ein gesetz für die legalisierung von cannabis beschlossen leider ist das ein anderes gesetz als das was die erste parlamentskammer schon beschlossen hatte das heißt die müssen sie jetzt weiter verhandeln da aber grundsätzlich haben jetzt immerhin beide parlamentskammern schon mal wieder den beschluss für die legalisierung vorgelegt und die unterschiede sind jetzt nicht mehr so groß zum beispiel wollen beide kann man auch den eigenanbau erlauben in geringem umfang zum eigenverbrauch und so weiter nur sind sie sich noch nicht einig ob die grower sich dann da irgendwo registrieren lassen müssen oder nicht das werden sie jetzt noch ausverhandeln aber es geht voran und bald dürfte mexiko dann der weltweit größte markt für legales cannabis als genussmittel sein und damit bin ich bei den terminen die hv ortsgruppen treffen in koblenz 14 märz in hamburg klönschnack der ortsgruppe am 16 märz berlin trifft sich die ortsgruppe am 17 märz ebenso in münchen in karlsruhe trifft sich die ortsgruppe am 20 märz und rhein-neckar 23 märz und alle termine sind corona bedingt online ihr findet die infos zu uhrzeiten und links zum ein zoomen und so weiter auf der dhv seite in der terminsparte oder der link gleich hier in der video beschreibung das war's für heute abonniert diesen kanal drückt die glocke like dieses video wenn es euch denn gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend 1 1 1 1 1 1 1 2 2